Du bist das? Wenn du kommst, kommst aus Afrika, aus dem Kongo raus und du hast nur so ein paar Blätter vor deiner Alke und dann hast du noch so'n Speer in der Hand, so'n selbstgemachten Speer mit so'n Rappengift vorne dran, dann steckst du dir das... Dann steckst du dem, dann steckst du dem, du saurier! Das ist jetzt ein böses Rein, Alter! Fertig?! Pfffff, was der... Fertig, Mann! Gebärgert! Ocks stays lagt, also EVERYBIGEL, dabei!